Hallo alle zusammen, wir sind wieder für euch da. Heute wollen wir euch mal die trägerlosen BHs vorstellen. Im Sommer hat man immer wieder ein Outfit, wo es einfach schöner ist, wenn man die BH-Träger nicht sieht. Zum Beispiel hier bei meinem Top, wenn hier der Träger verlaufen würde, wäre es einfach nicht so schön. Speziell natürlich bei Oberteilen, die ganz ohne Träger sind, ist wichtig, dass man einen gut sitzenden trägerlosen BH hat. Man sieht, er sitzt genauso wie ein BH-Mitträger, hält und man fühlt sich einfach wohl den ganzen Tag. Und es sind keine lästigen Träger da, die man immer hier oben sieht. Wir haben einen trägerlosen BHs da, in allen Größen, egal ob in den kleinen Cups oder in den großen. Auch hier ein wunderschönes Modell, dass man an der Seite zumacht und man einen ganz schönen Rücken hat. Also wenn ihr noch einen trägerlosen BH braucht für euer Sommeroutfit, dann kommt doch einfach mal vorbei. Ciao, bis bald!